Ey! F geht nicht! F2! Und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten... ...Folge von... ...Mei... Da sind wir! Ach, guck mal, da sind wir, da sind wir, da sind wir! F2! Ja, das ist mein... So, dann gibt's halt wieder nicht im... Was ist das schwarze? Ist das mein Kissen? Das ist mein Kissen? Ordnungsgemäß entsorgt! So! Ja, was wollen wir machen? Wir wollen, wir wollen, wir wollen, wir wollen Dinge machen! Dinge, 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 Dinge! Ich mag, ich, äh, wir wollen... Erstmal gucken... Das war da drüben die... Das Creeper-Gedönsel los. Haben wir schon einen Bogen? Wir haben keinen Bogen, ne? Ah, Mann, Mann, Mann! Ne, haben wir noch nicht! Ähm... Wieso haben wir so viele Viertelherzen? Die können wir doch mal zusammenschmieren hier! Viel Spaß dabei! Ich schmier mal eben die, die, die halben Herzen hier zusammen. Kombiniere Half a Heart mit Half a Heart gibt Full a Heart. Nachher willst du Brave Heart. So, dann kommunieren wir die... Öff, öff, ne? Öff, öff. So, wir haben zwei Reserveherzen hier. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass wir es übertreiben dürfen, sondern wir müssen jetzt ein bisschen... ein bisschen vorsichtig. Ich baue mich jetzt mal ganz... Ich hab Sand. Warum hab ich Sand? Oh Gott, das ist schon wieder so lange her! Ich bin ganz verwirrt! 64 Lime... Was ist Limestone? Ich hab keine Ahnung, was Limestone ist. Weißt du, was Limestone ist? Nö! Per-fekt! Ich versuche mal hier ranzuschleichen... Du kriegst mich nicht! Das reicht doch. Ich muss halt ein bisschen... Oh, der kommt doch gefährlich nach hier. Aua! Mein Gehirn! Irgendwie guckt er mich so an, als würde er mein Freund sein wollen. Aber ich trau dem Rat nicht. Jetzt will er mein Freund sein. Also das Skelett. Das guckt mich nämlich... guckte mich an. Bevor es fiel. Komm ich irgendwie in die Spinne dran? Nö! Blöd ist das der jetzt grad sein Bogen mitgenommen hat. Der fiese Bob. Pi bap 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 bap. Bap 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 bap. Wir sind irgendwie ja nicht gewachsen. Ach ja, weil der Junk nicht geladen war, ne? Die Eiche lassen wir hier stehen, hat man gesagt, ne? Weil wegen schön. Mhm. Per-fekt. Ähm... Genau, das war ja angesagt, so wenig springen wir möglich weil ansonsten... ...verhungern wir wieder, bevor wir irgendwie anfangen zu sterben. Es macht recht wenig Sinn. Sind wir den Fehler? Ja, das weiß ich. Ich bin halt ein bisschen doof. Das musst du mir nicht jedes Mal vorhalten. Das weiß ich auch selbst. Schnüff. Ich wollte hier drüben die Plattform weiterbauen. Genau, da war man stehen geblieben. Okay, ich boxe die jetzt da runter. Sorry, das ist mir jetzt ein bisschen zu heikel hier. Mit die Spinnensau da oben. So, Spinner erfolgreich runtergeklatscht. Ähm, das heißt, ich werde diesen Block da oben mal etwas anders bauen müssen. Denn, achso, das ist ein ganzer Block. Das erklärt natürlich auch, warum da eine Spinne drauf gespawnt ist. Ich setze da mal jetzt hier, mach mal Trick 17. Das war der untere Block, wo die nicht drauf spawnen können, ne? Also wenn der so steht. Oben drauf wird es ja wieder einen vollen Block ergeben. So ist es nur ein halber Block. Und darauf kann, glaube ich, nichts spawnen. Das heißt, für die nächsten Bäume müssen wir das auch in dieser Höhe übernehmen. Soweit, so klar? Ja, ja. Frau, isst du gerade ne Gurke? Ja. Ne saure Gurke. Ist doch auch mal lustig. Du könntest dich ja vielleicht schon mal ein bisschen weiter mit den nächsten Sachen vertraut machen. Ich und vertraut? So was gibt's nicht. Klar. So die nächsten Quests, die so anstehen. Zum Beispiel hier dieses mit deinen Würmchen. Wie ging das denn? Fünf. Ein weiterer ist fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und jetzt mache ich hier nochmal fünf dran. Dann sind wir bei zehn. Dann kommen wir auf eine 25x25er Plattform. Drei, vier, fünf. So, und hier müssen wir jetzt... Okay, langsam. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Habe ich natürlich wieder verzählt. Ich hält. Zwei, drei, vier, eins, zwei. Oh, kein Holz mehr. Zum Glück habe ich noch ein bisschen was in der Tasche. Ich habe übrigens ein Creeper Head. Was man auch immer mit diesem Creeper Head machen kann. Außer eben sich an die Wand hängen. So Dekoration. Leute erschrecken. Geht doch jetzt auf Halloween zu. Hat nie funktioniert? Nee. Du kannst ja tatsächlich meinen Kopf aufsetzen. Dann siehst du aus wie ich. Ob man das jetzt will, ob das gut oder schlecht ist, weiß ich auch nicht. Hast du eigentlich einen neuen Baum gepflanzt? Warum nicht? Ja, habe ich. Oh, okay. Dann will ich jetzt... Corona kennt man eigentlich auf einer Halloween-Party, wenn jemand nerdig ist. Da kommt was Creeper. Ja, gut. Oder Hoxton. Oder Hoxton. Für dunkel. Ich weiß. Sechs, sieben, acht, neun. Neun, zehn. Aber ich habe bestimmt noch Zeit, das fertig zu bauen. Lebes, braves Monsters. Nicht spawnen jetzt, bitte. Danke. Jo. Haben sie sich weitestgehend jetzt weiter... Wie komme ich hier? Da komme ich hoch. Haben sie sich jetzt weiter schlau gemacht mit den Quests oder soll ich das mal machen? Ich kann nichts davon machen. Perfekt. Also erstmal bringen wir jetzt hier mal ein bisschen Ordnung rein in das Kistensortiment, was wir hier haben, würde ich sagen. Also unten haben wir Gedönse drin, oben haben wir auch Gedönse drin. Das ist schon mal schön. Das heißt, wir haben oben und unten Gedönse. Äh, ja. Das Winter Dreams, Miss Fortune, welche war besser? Ich weiß es gerade gar nicht. Ähm. Das, Tom. Wir haben ein Radio. Wir können Radio hören. Ich weiß. Ja, warum yacht mir denn keiner? Wir werden so ein riesengroßes Lager kriegen im Dorf Kalkstein. Was haben wir denn hier alles an Steinen, hör mal? Ähm. Ja, da drüben ist auf jeden Fall die Disco. Party. Halloween Party. Da ist auf jeden Fall Halloween Party, du, das sag ich dir. Ich glaube, ich ziehe hier mal ganz kurz eben meinen Creeper-Kopf aus. So schön ist ja auch nicht. Stell dir mal hier hin. Kann man die Scotsche-Köpfe an die Stecken, warum nicht? Achso, weil das einmal dein und auch, guck mal, ich kann mich als dich anziehen. Ich will auch mal du sein. Guck mal, was ich schön bin. Du hast ganz große, coolere Augen. Hm. 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 Ehrlein-Sträflings-Kostüm. Ja. Da gehörst du auch hin im Alter. Was ist denn da los, ey? Halloween Party. Warte mal, wenn ich da einen Creeper zum Sprengen bringe, oder? Das ist doch bestimmt gut. Also bis jetzt gibt es hier gerade XP-Overflow, bis so geht es nicht mehr. Oh. Oh. Was? Wallhack? Ich wollte eigentlich so einen Creeper zum Explodieren bringen. Aber ischenwie glaubt das gerade noch nicht ganz so. So nur noch Creeper, ne? Ja. Hi. Die Bubbles. Ich frage mich nur, warum ich die Bubbles nicht aufnehme. Jetzt tust du's. Das war Absicht. Oh, kacke. Oh, kacke. Hast du... Äh. Äh. Haben wir noch was zu essen? Haben wir noch was zu essen? Ich habe übrigens da drüben nicht zugebaut. Das müsst du eben machen. Hier. Nimm mal die beiden Holzdinger. Mach mal eben schnell die Brücke zu. Da ist schon eine Spinne. Abanti! Und abhauen. Wollen wir noch was zu essen? Ist noch irgendwo was zu essen drin? Guckt, Fisch. Ich nehme den jetzt gerade, ja? Ach, anderthalb Herzen. Ey, wir müssen unbedingt gucken, dass wir was zu essen kriegen, ey. Irgendwer hat da versucht, mich anzuschießen. Ja, wahrscheinlich der weiße Herr da hinten. Mhm. Der hat zum Glück nicht getroffen. Bei dir sieht es auf jeden Fall noch gut aus von der Lebensenergie, ja? Ach, wir haben Maggotbaits hier. Damit könntest du mal fischen gehen. Könnte ich, ja. Möchtest du das auch? Wenn es hell ist, ja. Du weißt schon, dass die auf unserer Plattform hier nicht spawnen, ne? Sondern nur da drüben. Der trifft mich hier. Ja. Ich weiß nicht. Guck einfach irgendwo rein. Alles wird gut. Feier. Wir müssen das da echt krasser ausleuchten. Das geht so nie weiter hier. Aber kannst du jetzt mal aufhören zu fressen? Und Wasser. Lass mich mal ne sauren Gurken essen. Ähm. Boah, ich brauch noch mehr zu essen eigentlich. Wir haben nur drei Dirt. Wo ist denn der Rest hin? Ist alles versiebt, oder was? Nö. Ich gucke jetzt auch nochmal hier. Was kann ich denn jetzt hier weitermachen? Ah, Cooking, Fish, bla bla bla, Rawfish. Oh, ich brauch den, ich brauch mal grad den rohen Fisch hier. Ähm. Okay, ich nehm mal den Reward-Bag hier. Vielleicht haben wir Glück. Ich glaube, da sind zwei Enderman. Oh, den kann ich auch schon aussehen. Da sind drei. Ja, guck dich hin. Die sind gar nicht da, wenn du sagst, dass sie... Aber ich nehm mich denn jetzt mal die. Hm. Sag was. Top. Hm, nochmal. Top. So, ich hab jetzt hier ein bisschen was anlocket. Äh, Knochen. Zehnmal Knochen, zehnmal Fleisch. Das kriegen wir auch hin. Aber haben wir noch nicht genug, ne? Nein. Ich hab viermal Fleisch und viermal, fünfmal Knochen. Müsste ich gleich noch mal ein bisschen boxen gehen. Aber jetzt gerade, wo die Enderman da sind, vielleicht nie so die geilste Idee. Ich hab hier noch einen guckt Fisch gekriegt. Ich lass ihn jetzt erstmal hier. Auch wenn ich immer noch tierischen Kohldampf habe. Tatsächlich haben wir aber auch schon wieder... Also ich hab jetzt gerade zweiviertel Herzen noch gekriegt. Das heißt, da kann ich mal ganz schnell eben noch ein halbes raus machen. Und dann natürlich Nianzit. Da haben wir jetzt drei Herzenaufhalte. Damit können wir ja schon mal ein bisschen was anfangen, würde ich sagen. Ja. Ich würde gerade mal... Du hast vor allem auch noch zwei Taschen zum Öffnen. Ich weiß, das mach ich gleich noch. Ich möchte aber gerade gerne erstmal sehen, wie viele Leben ich noch habe. Wo seh ich das denn? Gar nicht. Was? Mittlerweile oder im Moment weiß ich's noch nicht, wie. Irgendwie muss es das doch geben. Irgendwo gab's doch auch die... Partywinder... Ah! Bin dreimal gestorben. Bin total gut. Ich bin übrigens einmal verhungert. Einmal im Void gestorben und einmal... Zu hoch gefallen. Ja, ich höre gerade auch, dass sie ein Skelett und ein Creeper sind. Das ist unschön. Geht. Was? Die kommen da drüber. Danke, dass du mir hilfst, übrigens. Dann schau dir einfach mal... Ja. Ich glaube, ich muss dem Gev-Commander aber wirklich die Ohren langziehen. Es kann aber nicht sein, dass ich jedes Mal mit einem... Ja, soviel dann wieder zur heutigen Folge. Wieder mal gefailt, so wie immer. Irgendwie kriege ich den richtigen Dreh jetzt gerade nicht raus. Ich guck mal, ob ich den jetzt gerade an der Kandare kriege. Wenn nicht, dann sieht's gerade mal schlecht aus. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal als Jute und ciao.